... und nicht. Gemacht? Aber bitte! Ich habe doch nur einen Scherz gemacht. Ich aber nicht, Kleiner. Spass doch nicht. Es sind aber nur 100.000 Fr. Das stimmt. Sehen Sie, es reicht nicht. Kommen Sie doch. Moment. Nehmen Sie den Rentezahn. Geht in Ordnung. Nein, 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 nein. Dann müssen Sie doch mal 10.000 Fr. Häus rücken, mein lieber. Fürs Casinos. Dann ein Augenblick, bitte. Sie wollen spielen? Du bist ein kluges Mädel, du merkst alles. Und wenn Sie verlieren? Ich verliere nicht. Also nur, um das Geschäft nicht scheitern zu lassen. Danke. Na? Ich sage Ihnen zum letzten Mal, ich nehme es nicht an. Nehmen Sie es nicht an. Schade. Wundervoll. Wie für dich gemacht. Sie sind also im Stande für eine Frau, die Sie seit einer Stunde kennen, alles aufs Spiel zu setzen? Alles, alles? Was meinst du denn mit alles, hm? So, keine Idee. Geld? Sind Sie ja im Stande für eine Frau wie du, die Bank von Monte Carlo zu sprengen? Seine baggage. Sie kommen wieder werde. Sie werden nicht in den vergangenen. Sie waren im Stande für ein Haus. Sie waren im Stande für eine Frau. oder höchstens zwei. Oh nein, du, ich hätte nämlich so was Niedliches, Kleines. 33, noir, un père et pas. Rien ne va plus. Aha. Na, dann kriegst du jetzt mal 1000 Frans zur Eröffnung der Feindseligkeit. Der Feindseligkeit. Tschüss. Rien ne va plus. Peter. Ja. Toughest, Monsieur. Ach Queso. 18. Pär ... j'ai pas.